Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, endlich eine E14 LED-Lampe, bei der ich im Wohnzimmer wiederlesen kann. Alle vorherigen Lösungen mit normaler Glühbirne E1440W oder gar Leuchtstoff waren funzeln. Dem war E14 LED-Lampen auch schwierig zu bekommen. E27 ist viel einfacher zu bekommen. Mit dieser LED-Lampe bin ich daher voll auf zufrieden. Entspricht viel Licht einer 75W-Lampe, nicht geeignet um direkt ins Licht zu schauen. Farbe leicht gelblich, keinesfalls kalt. Noch nicht wirklich romantisch aber für eine LED schon recht gut. Und für eine E14 wirklich viel Licht. Form okay, bei so viel LEDs ist halt eine hübsche Kerzenform mit Milchglas kaum realisierbar. Mir war es wichtig, endlich wieder im Wohnzimmer lesen zu können, ohne die ganze Lampe tauschend Set umessen. Dimmbar-Bereich recht groß, kein Flackern, nicht unbedingt linear ansteigend, sicherlich abhängig vom Dimmbar. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Für meine Anforderungen bisher die beste, die ich hatte. Bin gespannt auf die Lebensdauer. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.